Kung-Kurrasse 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 Er hat sich mit den Schleimen abgelenkt Ne, mit den Teerschleimen kümmert er sich jetzt Du 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 Sind wir ein Steiner mit Shanka? Nö Oh, da wird schön abgeschossen von denen. Hier kannst du echt gut zuschauen. Der killt einfach alles. Ist der gerade gestorben? Der ist gerade gestorben. Daneben. Ich schieb doch gar nichts. Alter, hast du gesehen, wie er gesprungen ist? Jetzt ist er links. Jetzt kann es laufen. Er spuckt jetzt. Ich kann alles kontrollieren, wenn ich nur aufmerksam bin. Ich kann meine Besten. Deep up in my mind I'm manifesting. Every morning I wake up and say, Nicht erwischt. Nicht erwischt? Nein, mich hat er nicht erwischt. Aber ich habe geschossen jetzt. Ich habe mit einem Schwert getötet. Ist da noch einer drin? Weiß ich nicht. Jetzt sehe ich keinen. Sieht nicht so aus. Müssen wir graben, ne? Hm. Ich habe wieder etwas falsch ausgerüstet. Warum habe ich einen Curling eingesteckt? Du führst ihn zu Krieg. Keine Ahnung. Oder hast du nur... Hm? Wo, wo, hin? Daher? Eigentlich ist er der natürlich wurscht. Wohin. Hauptsache der ist leer. Hallo, holo. Hallo. Ich schwimme wieder in Teer. Es ist schlecht, dass ich ertrinke. Das war schlecht. Was? In Teer ertrinken ist schlecht. In Teer zu ertrinken ist schlecht. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Und, muss ich noch weiter tiefer graben, oder wie? Ne, ich glaube schon. Ich habe jetzt nicht hinter geschaut. Da ist noch viel tiefer. Und noch viel weiter. Aber auch noch viel mehr Fläche. Da ist sehr viel Teer. Da ist zu viel scheinbar. Da ist noch viel Geld. Schwede, wie viel ist denn da drin? Halbes Fußballfeld, oder was? Das ist ja Wahnsinn. Naja. Das ist ziemlich groß. Naja. Ja, puddeln. Ich komme puddeln. Pudeln wie die pudeln. Warte auf. Das war mit der Spitzhacke. Weil die kamen genau zu mir. Und ich habe da aufgestochen. Mit meiner nicht vorhandenen Ausdauer. Kaboom, 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 kaboom. Gut. Das ist noch eine Menge Teaderen. Und ich habe da naugAP, so mal locker schon eine stunde um das leer zu machen nah nicht Ich habe auch schon eine Weile im Dram. Wo geht's denn da berg ab? Was? Was ist ein berg? Oder ist es jetzt unendlich geworden, was? Ja, keine Ahnung. Wo geht's da berg ab? Keine Ahnung. So eigentlich, oder? Nee, eigentlich, ja. Höre ich so um, dass es ein Dorf ist. Da ist ein Stein. Boom, 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 boom. Du 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 dum 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 dum. Come on, 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 come on. Da liegt ein Haufen Stein. Alter, wenn wir Steile brauchen, ist hier ne Länge. Mmh. Fläsch. Ich glaube, das reicht eigentlich schon, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch nicht hinten geschaut, weil es weniger geworden ist. Nee. Oh, hier kommt kein Tär mehr an. Komischerweise. Irgendwas ist der Buggy. Oder doch, es wird weniger. Es wird schon langsam weniger. Wird's weniger? Jo. Für langsam wird's weniger. Fehlte dir vielleicht ein Kern für's Portal? Ich hab zwei Kernen. Warum habt ihr nicht da noch eines eingesteckt? Keine Ahnung. Da liegt so viel Zeug rum. Hm, aber alles steckt im Teer fest. Da muss halt ein Teer wegmachen. Aber nicht da hauen, wo das Teer ist. Und daneben. Jetzt müsste es gehen. Na, steckt im Teer fest. Nein, das geht nicht. Das ist da oben, meine ich. Das ist da ins Teer reingehauen. Jetzt ist es frei. Ich komm nicht in die Höhe. Oh ja, ich bin in die Höhe gekommen. Und du nicht. Hm? Äh. Wer und dreißig der? Passt. Wir haben einen schönen Krater reingemacht. Kannst du da zwei Minuten warten? Ich muss mal schnell ums Eck gehen. Dreimal? Zweimal oder dreimal ums Eck? Zweimal ums Eck. Zweimal ums Eck. Drehen, 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 drehen. Drehen, drehen, drehen. Drehen, drehen, drehen. Drehen, 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 drehen Ich seh alles, du gehst auf mir spazieren. Du siehst alles. Nur jetzt gerade. Witz. Ein Witz. Fürchterlich. So. 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 Was jetzt? So warte, ich muss mal... Was magst du? Was mach ich denn? Ich hab keine Ahnung. Auf dich warten, was denn sonst? Willst du die Restlichen im Dorf auch noch töten oder was? Was jetzt? Willst du den Rest vom Dorf auch noch töten oder... Es lassen? Glaubst du immer das zusammen? Ja, es sind nicht mehr viel drin. Es sind noch ein paar Foolinger und ein Großer. Ein paar. Und ein Großer. Wo ist der Große? Der ist ganz hinten. Ah, ich seh ihn nicht. Weil der bin wirklich schalsaugert. Ah, da hinten. Jetzt kommen die Foolinger. Erstmal. Ja. Das können wir nur schaffen. Beat 3. Ja. Alles weg. Da guckt Noah nach. Der macht aber ganz gechillt. Und zwei Sterne. Oh, der macht damage. Ja. Ich war fast tot. Ich auch. Aber ich hing meinen Bäumen fest. Schlicht. Ich glaub, der kommt. Und. Ich triff den netten Tappen. Oh ja, ich triff ihn. Ja. 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 Ach, ist der schnell. Schnell. Laufholo. Ja. Ich laufe. Ja. Ach, daneben geschossen. Er kommt. Pass auf. Ich hab keinen Ausdauer. Ist nur Mist. Ich hab keinen Ausdauer. Auf dem Witz, jetzt ist er weg. Oh mein Gott. Den Rest hab ich. Okay. Oh mein Gott, der war schwer. Er ist ein Schamane, glaub ich. Oder wie er heißt. Aber so müssen wir halt. Was? Er ist ein Schamane. Rechts. Erwischt. Tod. Und das war gut getroffen. Er kommt auch kleinen Schiss. Ich werd den heut nehmen, ha? Ja. Aber es ist ein normaler. Ohne Stern. Den renn ich auch davon. Wenn's geht. Aber du machst mit dem Bogen mehr Schaden als bei den anderen. Da kann ich da nicht drangehen. Da macht Aua. Nein. Ich renne nicht auf euch. Ich hab euch schon wieder keine Ausdauer. Nein. Geh weg von mir. Der Odin passt doch auf uns, schau. Einmal weiterlaufen. Ja, wenn ich könnte. Ich schieß auf den, aber da interessiert sich nicht auf mich. Nur auf dich. Ja, ich weiß aber nicht warum. Jetzt geht auf mich drauf. Mücke, hinter dir. Ja. Ja, schrei. Ja, ich hab die Mücke nicht getroffen. Das wird verarschen. Lauf nur. Gibt's das? Ich triff die Mücke nicht. Er ist weg. Ja, hab ich getroffen. Zweimal. Jetzt am Schluss. Kannst du? Soll ich? Nö, ich kann nichts nehmen. Bin komplett voll. Okay. Wo ist da noch wer? Da war ein Fooling. Das sind zwei Foolinge noch. Einer kommt. Der ist down. Links ist nur einer. Ein normaler? Ne, ein Stern. Du bist aber mutig. Ich bin mutig. Da ist noch einer. Ja. Ja. Da ist nur hinten einer mit der Fockel. Zwei Stück. Glaube ich. Ja. Ja. Das ist ein Schamane oder was auch, ne? Ja. Oh, das ist ein Stern. Das sind zwei Schamane. Und wie kriegt man die weg? Oh, shit. Der ist noch ein Fooling. Alter. Schöne. Komm her, du Bauer. Ich werde von A nach B geschossen. Ich muss flüchten. Flüchten. Flüchten, flüchten, flüchten. Kann man die mit Fell und Bogen oder wie? Wenn die ein Schild haben, machst du keinen Schaden. Ach so. Ich würde erst mal flüchten. Ja. Empfehlen. Wieso brenne ich? Hä? Der schießt immer noch auf mich. Wirst du verarschen? Wie ziel genau ist denn der? Ah. Schild gebrochen. Ja, er macht den neuen Schild. Verschuldigt. Da kommt wieder ein Skelett. Ach, der bedeutet langsam lästig echt. Schild. Tschüss. So. Oh Mann, ohne Ausdauer ist das aber Wahnsinn. Ich höre noch einen Lachen irgendwo. Ich höre noch einen Lachen irgendwo. Ah, da ist ein Maus drin. Alter, ich hab kein, kein... Kann nichts mehr tragen. Ich auch nicht. Was ist denn der? Ja. Ich muss auch irgendwo ein Portal hinstellen und wieder zurück. Da oben ist er. Ja, aber die Dings kann man ja nicht hier mitnehmen, ne? Oder? Die Schwarzmitteil nicht. Oder? Schwarz... Schwa... Nö, kann man nicht. Schwarzmitteil kannst du nicht mitnehmen. Das geht nicht. Eben. Komm runter, du hast den hohen Ross. Aber der und das alles, gell, könnten wir mitnehmen. Wir können alles mitnehmen, außer Schwarzmitteil. Ja. Und nochmal im Kreis drehen, nochmal draufhauen, nochmal im Kreis drehen, nochmal draufhauen. Komm runter aus dem hohen Ross. Komm runter aus dem hohen Ross. Komm runter aus dem hohen Ross. Hast du nicht untergeschmissen? Jaaa. Ich muss leider mal ganz kurz gerissen. Wen? In Cash. Ja. Weil ich glaub, hier ne Hütte hinbauen, das wär schlecht. Ja. Ich kann eher im Grasland hinbauen. Dann können wir mal ein Stückchen zurückgehen. Ja. Oder Dabenstein. Ich würde im Grasland machen. Da ist sicherer. Also ich kann überhaupt nichts mehr mitnehmen. Ich auch nicht. Ich bin komplett voll. Kommt die Dame auch? Oder bleibt sie stehen? Hoppala. Hallo Wildschwein. Und Wildschwein in der Ebene. Ah ja. Aber nicht weit Ebene. Ich glaube da sind wir schon Grasland. Dann willst du hier die Hütten nehmen. Da nehmen wir einen Stein. Da nehmen wir einen Stein. Wo ich stehe. Dann soll ich hier die Hütten nehmen. Die sind alle leer geräumt. Achso. Wo sind denn die? Weitere geradeaus. Die braucht man nur richten, ne? Jo. Da sind alle schon zerlegt. Äh. Warte, bist hinter mir. Ja, ich tu mal ein bisschen Kleinvieh töten. Kleinvieh töten, ok. Ja, Grauzwerge halt. Oh mein Gott. Weil die stören einfach. Die stören einfach. Ja, das stören alle. Oh mein Gott. Welche nehmen wir denn? Von mir relativ. Ganz raus. Wie kann ich was noch nicht? Der ist Große hier, oder? Das Große? Von mir aus. Der ist auch hier, als wir. Ja, aber nicht ganz. Du kannst ihn schnell errichten. Aber ich hab noch kein Holz. Haha. Ich schon. Ich muss irgendwo schnell ausräumen. Ich hab schon hingebaut. Ich hab schon hingebaut. Ich hab schon hingebaut. Du 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 du. Ich höre irgendwas draussen. Ist aber echt alles kaputt. Oh, da fehlt ein Stück von der Deckel. Ich weiß. Oh, das macht nix, oder? Hä? Das macht aber nix, oder? Und dann stückt der Deckel. Da fehlt ein Stück von der Mauer. Nö, oder? Aber... Habe ich noch Holz? Nein, ich habe kein Holz mehr. Und ich habe kein... Hast du schon eine Kiste gebaut? Wie denn ohne Holz? Ach so, entschuldige. Ein bisschen schwierig... Was ist immer? Ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Und der Holz ist es etwas schwer. Aber nur etwas schwer. Würde ich meinen. Aber ich bin schon voll, oder was? Ich muss da mal was auszuhauen. Hau mir das auszuhauen. So. Ja. Mich wieder auszuhauen. Nein, dann ist es dicht. Dann ist es dicht, genau. So, ich geh mal Holz holen. Jo. Da liegt eh genug herum. Ich tue euch hier oben die Kisten dann hinbauen, oder? Ja. Ich brauche das Demolierte da. Ach, ich habe nicht mal 10 Holz.